Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play O.W.W. Folge 99 sind immer noch hier auf den Geisterfeldern unterwegs ich dachte ich kam auch gerade aber nein naja so spielen wir immer ein bisschen zweihand axt ich muss mir jetzt auch angewöhnen den und den kisten oder so gut geben wir ein bisschen zeit zum andenken ja das hat gut funktioniert wir laufen einmal nette rum nette Geisters und einmal böse Geisters die netten Geister kann man nämlich nicht einmal klicken hier aber ich finde lustig dass man Geister vergiften kann bzw. dass man überhaupt drauf schießen kann und durch dann wie im kopf das hier noch eine kiste von ich habe nichts gemacht das ist eine kiste ah ne quatsch ich mein Buch aber das liegt hinten durch ja genau das war es gewesen ja ist klar das ist gut ja mittlerweile kann man ja jetzt schon fliegen dann kann man dann fern rüberfliegen sich das Buch holen noch und noch ein paar Typen machen das ist schon angenehmer das ist wirklich schon angenehmer ich versuche das jetzt mit der an tank taktik ja ich finde es klappt ganz gut ja ja so machen wir das jetzt den müssen wir später killen das ist die Folge Quest das müssen wir dann nämlich nochmal hier rein ich nenne es mal Hauptanführer oder so töten das sind drei Stück das ist auch schon noch lustig das sind drei Stück geht ganz gut. Sehr gut. Da hinten liegt das Buch. Ja, das läuft doch wie am Schnürchen hier für uns. Jetzt den. Da hinten finzelt auch das Buch. Ich laufe schon mal durch. Ich kann den Ohr antenken. Nicht was Mana wiederherstellen. Die Schweinebacke hat sich geheilt. Sehr gut. Jetzt haben wir die Ritter schon mal fünf. Ach, es gibt zweierlei Geister, okay. Zauberer und Fussel da. Na gut. Und hier sind Ritter. Dafür, dass sie so unerschütterlich sind, fallen sie trotzdem ganz gut um. Aber sie kommen ja wieder. Alle kommen bei WBW wieder. Rich Kreislauf hier. Da ist das Leerwandlerfeld. Da konnte man damals ganz gut Schattenpartikel fahren. Damals. Hm. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht. So ein Zauberer. Ich habe manchmal damit ein Problem, wie das hier so aussieht. Oh. Das war nicht. Äh, der Plan. War gut. Hat auch funktioniert. Sehr gut. Schönes Ding. Schönes Ding. Nachher mal gucken, dass wir... Fussel hat man ja schon. Ich glaube nicht. Äh, jetzt haben wir sieben sieben. Okay. Das war falsch. Ich wollte eigentlich den ersten Mann schicken. So. Jetzt aber. Jetzt machen wir sie richtig. Finde ich gut. Der stellt ihm quasi in die Falle. Aber ist immer noch nah genug, dass unser Papett ihn hauen kann. Ja, die KI. Das war bestimmt der Malte. Der hat die geschrieben und entwickelt. Da. Fussel hat sein, wo dafür brauchen wir noch drei Stück ohne den zwei. Da ist noch einer. Da. Da. Okay. Ja, passt. Passt. Okay. Ich muss mich hier so langsam aus dem Staub machen. Ich muss mich hier so langsam aus dem Staub machen. Ja. Ich kann den holen. Ja. Ich kann den holen. Wie dann? hin zu lassen E. E. Wir haben schon fast 40 Prozent von Lippe das finde ich gut Prozent die Kliniken Sieg hat gebrochen 12 und nicht 10 Warte, eine Quiste Ah, von den Magier brauchen wir 10 Auch eben richtig gesehen Fußsoldaten brauchen wir 12 Ah, okay, nur noch Fußsoldaten Ah, das könnte eng werden Aber passt, okay Ich glaube wir müssen wir trotzdem füllen Ja, sieht mir nicht feuer aus Und so Oh, sag's ja Die Fülle setzen kann Der bleibt lustig aber ein bisschen länger drin Ja, die Jäge Ich wollte nicht, dass du schießt Aber hat er doch gemacht Irgendwann nach hinten gucken Das war nicht Teil des Platzes So, jetzt können wir noch ein paar Einzelteile einsammeln für Müssten wir zwei wieder fertig haben Müssten wir zwei wieder fertig haben Sehr schön 30 Stück brauchen wir 30 Stück brauchen wir Ich weiß nicht Ob das richtig ist Für die da Ne, da müssen wir das abgehen Und da, okay Ach, wir sind hinter Äh, ein fester Ich sag, wir wären daneben Naja gut Egal Das geht auch Sehr schön Mal gucken, was wir jetzt bekommen Nichts Nichts Das ist ja nett Hier sind die Genau Drei Stück Aber die Kette Naja Schnell ist auf jeden Fall Und Können wir oben noch eine Quest wegbringen Ich glaub, die fertigen sind grün markiert Ich glaub, die fertigen sind grün markiert Ich weiß nicht, wo wir die aufgehen müssen Im Schloss Da müssen wir das abgeben Sehr gut Was kann ich für euch tun So, können wir da was nur liebs 40% haben wir auch schön Können wir schon mal wieder was verkaufen Seid gegrüßt Ein bisschen Mh Die ganze Gründe kriegen recht viel Kohle Schöne Sache Das oben ist die Quest, die man nicht machen kann. Was man jetzt schnell noch machen kann. Wir können ja schon mal hinten hinreisen. Den nächsten Flugpunkt holen. Da ist dann nämlich auch quasi das nächste Gebiet für uns zum Leveln. Ja, Gebiet ist gut, aber Abschnitt. Das ist der nächste Abschnitt zum Leveln. Von da ist es nämlich auch nicht mehr so weit bis in die Zahngamaschen. Wo wir theoretisch schon hin könnten. Die Zahngamaschen sind auf 60. Oh Mann, Mann. Schlief ein bisschen verkehrt. So, jetzt haben wir hier unseren tollen Weg. Gucken wir uns das mal an. Nach unserer tolle Anstegnadel. Irgendwann kriegen wir was besseres. Irgendwann. Tja, da waren wir schneller. Hätten wir die Quest angenommen, die es in Ehrenfest gibt, könnten wir hier auch die Dinger umstellen. Jetzt, na gut. Ein, zwei Mal habe ich es aber lieb. Da waren ein paar da mehr hier. Die haben sich dann auf die Mütze gehauen. Aber, das war noch nie so meins. So, offenes PvP. Genau wie die Arena und den Gurubashi. Ist auch nicht so. Aber gut. Jeder das, was er mag. Genau. Komm jetzt hier. Zack, zack, zack. Hm. Den hier ist der Ausfahrt. Ein Freund von mir sagte immer, es müsste auch ein Bus geben im WoW. Einen Instanzen-Bus oder so. Könnte man dann fünf Mann reinpacken. Oder einen Raid-Bus mit 25 Mann. Oder zehn Mann. Das wäre cool. Wer weiß, was noch so kommt mit den nächsten Devons. Der Instanzen-Bus ab 500 Instanzen kriegst du einen oder so. Damals mit dem Titel. Der Geduldige glaube ich war es. Und so und so viele Instanzen abgeschlossen hat. Über random Suche. Ich glaube 50 oder 100 oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Das Glück sei mit uns. Sehr schön. Ich bin hier auch schmacklich zu nehmen. Ich versuche auch drauf zu gucken. Dann holen wir uns erstmal hier hinten. Der Flugpunkt. Ganz wichtig. Mittlerweile braucht man die ja nicht mehr hohe, die Flugpunkte. Die hat man dann mit dem Level. In dem Level. Pupp. In dem Level. Das Glück sein geht euch. Wachsam. Sehr schön. Das Ende der Legion drückt näher. Akal Hektar. Nun geht. Guck, die funktionieren aller D 국s. und was es hier auch gibt. sind wir wieder ganz viel vergessen gekauft verkaufen verschicken wir noch post alles klar dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wenn es wieder ist ich meine dann mit folge 100 wir sehen uns auf wieder gesehen und teilt das video und liked das video und weiß ich nicht auf wieder gesehen